Wisst ihr, meine jetzige Taktik wird so sein. Wir werden so früh wie möglich gucken. Ja, Shifty, ihr wisst Bescheid, ne? Wir werden so früh wie möglich nach Shifty gehen, Pilze sammeln und dann nur außerhalb spielen. Wir werden nichts machen außer außerhalb spielen und als ob da einer auch jetzt nach Shifty geht wegen den Pilzen. Ach, Bruder! Wir werden halt total passiv jetzt gleich spielen. Einfach nur mitfahren und gucken, ob das dann klappt. Bruder, was? Ja, Kai, das liegt an dir. Das liegt an dir, Kai. Das liegt auf jeden Fall an dir. Hm. Auf jeden Fall. Matthias, was geht? Vielen Dank fürs Abonnieren und willkommen in der Random-Ami. Dankeschön. Ehrenbrutz! Also, das kannst du ja keinem wieder erzählen. Das kannst ja, das kannst ja wieder nicht schön reden, was da gerade eben wieder passiert ist, ne? Kann ich da was für? Wenn der eine auf Schwerkraft macht? Boah, ja, Kai. So, das ist dieses... Nur weil du, äh... Scheiße bist in Fortnite, deswegen ist das gerade passiert. Du hast Epic Games. Du machst nur wegen Klicks. Ich weiß, diese Argumente kommen gleich wieder, aber ich konnte echt nichts dafür. Warum lernst du Japanisch? Warum nicht? Ich bin an der japanischen Sprache interessiert und ich würde das ganz gerne mal, äh, können. Wenn ich irgendwann mal den Entschluss fasse, hey, ich bin auf einem guten Japanisch-Level, ich kann Japanisch, ich wandere aus. Weil mir dieses Drecksland auf dem Sack geht. Oder es ist verboten, sich, äh, zu bilden. Und, äh, irgendwann mal Deutschland ade zu sagen. Weil ich dieses Drecksland light bin. In den meisten Fällen. In den meisten Fällen. So, was ist jetzt hier? Wo geht die Zone hin? Ja, moin, Bruder. Ja, ja, ich liebe Japan auch. Ich sag euch, wenn ihr einmal in Japan wart, ihr wollt nirgendwo anders hin. Wenn die Sprachbarriere nicht wäre, ihr würdet nirgendwo anders hingehen. Das Land ist einfach von der Infrastruktur und von allem, Internet, Gesellschaft, Essen, in den meisten Fällen besser als Deutschland. Es gibt auch Sachen, die ich dann, die ich wohl vermissen würde. Aber, äh, in den meisten Fällen ist Japan, Deutschland einfach um Längen überlegen. Das einzige, was mir in Japan auch fehlen würde, wäre, äh, vegetarisches Essen, dass da mehr Auswahl ist. Glaub ich dir sofort. Ja, äh, was, du Bruts. Scheiße. Äh, Alman sein. Äh, lol. Da bin ich echt ein Alman in Japan. Lucario Gaming, vielen Dank für dein Abo und vielen Dank fürs Abonnieren. Ihren Bruts. Dankeschön. Das schmeckt. Junge, der Scheiß noch muss gehen. Aber ich seh die Karte nicht. Ich seh die Karte nicht. Ah, okay, es geht runter. Ich werde meine Skalners verkaufen und so weiter, um Mario Maker 2 zu kaufen. Je. Gönnt ihr, Mann. Es wird uns einige geben, die dich für verrückt halten. Und sagen, boah, wie kannst du nur, Mann, Skalners beste spielen. Ich habe insgesamt 30.000 Euro ausgegeben, Mann. Und keine Ersp... Lol, das wird neu aufgebaut, oder was? Ja, moin. Und keine Erspass, die macht kein Skalners mehr. Deswegen gucke ich dir nicht mehr. Ja, Sirius. So, obacht ihr. Er kann sich auch voll gut verstecken, ne? Ja, wobei, du kannst den Weg sehen, den ich gegangen bin, oder? Ja, aber voll. So, Brüder. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, um diesen Stream zu unterstützen. Vielen. Danke. Geh doch drauf. Auch wieder hier, Buck. Der ist nicht draufgegangen. Ich habe Y gedrückt. Dreckspiel. Uff. So ein Dreckscheiß. Ähm. Ja, Brudinius. Lasst einen Daumen nach oben, da sollte euch das Stream gefallen. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid, und ihr wollt mehr von Fortnite sehen, lasst ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Oh nein. Damit ihr nichts mehr verpasst. Ah, scheiße, Bruder. Boah, war das knapp. Alter. Okay, wir sind zu zweit. Hat der es geschafft? Ist er oben auf dem Berg? Oder verreckt der gerade wegen Zone? Ich hoffe zweiteres. Ein Brudinius. Ije. Mois. Ja, Moin. Ah, der Fischbrutz. Der hat, äh. Der hat den, den. Den Sieg mir gebracht. Die geile Sau. Ja, nice.